Rosenblatt! Das schreibst! Verwanter? Was? Jude? Was fragst du mich denn aus? Verwanter Jud, hörens? Weil sie mit solcher Inbrunst... Was? Sie wo hinbrunst? Sie haben den Namen Rosenblatt gebrüllt. Na und? Den jüdischen Namen Rosenblatt. Das ist ja ein schöner Name, hörens. Schaut sie, der Führer, der am Frenzagor, der heißt Rosenberg. Jetzt fragt ihr, was ist das für Unterschied? Blatt und Berg, ha? Ist das bergarisch und platidisch, hörens? Kennen Sie meinen Kampf? Innenkampf? Ich kenn nicht einmal Ihnen selber, wie soll ich in einen Kampf kennen? Jetzt, bitte, machen Sie doch keine blöden Witze, ich mein das Werk, das der Führer verfasst hat, in der Festungshaft. Ach so? Schreien tut er auch? Ich hab glaub, das ist ein Redner. Wie heißen Sie denn? Bockerer, Karl und See. Pfalzner, warum? Warum, wenn Sie es nach meiner Namen fragen, müssen Sie ihn auch vorstellen. Und überhaupt, hören Sie! Innen Namen tät ich ja gar nicht schreien! Pfalzner! Da warst du nicht dezent, dass er! Hab ich Ehre! Lassen Sie ihn! Lassen Sie ihn! Das ist ein Umbel, ich schreibe die Katarottel! Das ist ein Umbel! Das ist ein Umbel, ich schreibe die Katarottel! Das ist ein Umbel!